hallo und herzlich willkommen zurück bei left 4 dead 2 das kriegst du zurück das war auch episch mit dabei ist wieder gamer check der onkel also ich will töten wie sieht es mit dir aus ich bin ganz friedlich machen wir schokolade jetzt auf und ich trinke jetzt eine schokolade ist eine cola aber ist ja auch das richtige spiel dazu die körperteile fliegen weg ist absolut kein problem gerade keine körperteile weil ich will sie hier noch im menü und ich dachte mir jetzt machen wir machen natürlich nicht die leute wollen heute wollen eingeweide sehen die leute wollen was versteht der mercy hospital die apartments jetzt beginnen wir wirklich im ersten teil weil das ist ein level das was wirklich im ersten teil auch war ja es geht los es geht ist ja gerade der ladebildschirm liebe leute ich wollte mich noch mal entschuldigen der letzte part war noch mal aus der sicht vom onkel mir ist ein kleines missgeschick passiert aber jetzt ist wieder alles eingestellt und das läuft wieder normal ein mist stück die heilmethode überzeugte kugel für kugel curing the infection one bullet at all time klingt doch viel besser oder langweil ist ein bahnhof der roten lindie ileder aber wenn die Quatsch sind, das übertönt sich immer. Das übertönt sich immer. Das übertönt sich immer gut, wenn wir mal kurz pssst machen. Aber die jährliche Fälle sind bequatschen. Die ist ein Katana. Ja, nimm Katana. Ich hab die Uzi. Ich hab die auch. Die kleinen... Oh ne, ne Witch. Ne Witch Bitch. Scheiße, ich hab keine Tassentüfe. Jetzt schon, oder was? Ich hab keine Taschen, oder was? Ich hab die Taschen, oder was? Ich hab die extra von Mikro weggedreht, aber ich hab keine Chance gehabt. Alter, der Rutz, der... Ich hab keine Schnauze hier. Ja, ich hab keine Taschen, du Hütz. Entschuldigung. Ich bin hier weg vom Mikrofon gewesen. Du durfte mich vollgehört haben. So ist der Onkel. Der kleine Killer. Erstmal reinrotzen. Boah. Ich hab mich... Ich konnte nicht anders. Tut mir ja leid. Nein, ist schon ordentlich. Mach euch weiter. Mach euch weiter. Echt? Kann man nicht nehmen. Tja, sag ich. Dann musst du wohl noch ein Part abwarten, wie es ausschaut. Der ist... Der ist grad weggerannt. Der Zombie. Das ist grad ohne Witz. Auf die Couch gesprungen. Über den Sessel drüber. Oh, jippie. Ich hab schon meine Maus verrissen. Was ist denn hier los? Tja, die Zombies, ne? Die arbeiten gegen dich. Oh, ich muss mal kurz auf Klo. Bitte lass mich hier alleine. Ne, komm, wir machen mit Party. Ich will mit meinen Tartaner noch ein bisschen töten. Oh, ja. Oh, das macht so Spaß. Das macht so Spaß zu töten. Also irgendwo ist hier... Ey, könntest du mich mal bitte nicht hier rumschieben? Ey, das ist übelst. Du hängst mir hier am Arsch mit mir klettern. Das ist Wahnsinn. Gefällt dir das nicht? Nein, das gefällt mir nicht. Guck mal, was ist das Wüfen? Du hast das Wüfen geschubst. Wärst du jetzt eine hübsche Frau? Würde ich sagen. Okay. Ne, das ist gar nicht hier leider. Aber dass du der schrude Rivano bist. Was geht? Okay, ich will's. Was hast du nicht... Warum schießt du auf mich? Ich schieße gar nicht. Du stehst in der Katze, du Katze. Das ist Katze. Pass auf, hier soll man nichts beziehen. Meine Gun, ja. Deine Gun? Oh, ey, der Fernseher ist kaputt gewesen. Jetzt. Hallo? Boah, also die sind hier gerade ein bisschen da dünner. Es ist sehr... Ja. Easy gerade, das erste Level immer. Ne, es ist sehr ähm... Ja. Es wird sehr erdrückend hier. Ich hab ne Minigun. Ich hab Munition. Und das war's. Der brauche ich nicht. Töte. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Habe ich dir schon gesagt, dass ich mich wieder auf ARK freue? Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Du dasselst mich hier immer rum? Hier ist ne Küche, warte. Geh ma, guck ma. Wie mein Knall ist dahinten. Scheiße bin ich runtergefallen. Da kommt die Spektivieren. Hm. Bist du jetzt hinterher gesprungen? Ne, ich komm jetzt. Guck mal, ne Uhr, ein Wecker. Auf zwölf Uhr. Den hab ich jetzt kaputt gemacht. K-kaputt gemacht K-kaputt gemacht Ey, ich hol mir jetzt erstmal Adrenalin rein Bam Bin ich erstmal wieder auf Drugs Ist doch schön, Rivano, der kann so richtig schön sein Port verquasseln, ohne dass ihm was beitragen muss Ja, 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 ich hab immer was zu erzählen Ich kann euch alles erzählen, was ihr hören wollt Hehehehe Ah, Vorsicht Ihr habt die Witch geweckt Die ist voll drauf, ne? Die Zui 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 Aus dem Zui Sagen wir mal bitte, wie heißt die? Zui Die ist aus dem Zui Ey, Lager, cool Lager? Lager, mit G Lager 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 ist jemand, der Glück hat, ne? So wie du Ne, ein Lager Du bist ein Lager Ey, ich will den töten, Mann, du musst doch nicht immer alle töten, dich töten Was sind denn die Du- Den Du-Mens ist ein Luko Lager, ja, die gibt's auch Das sind dann die Luko, die Spaß, äh, Glück haben Die, die, pass auf, ich glaub da geht die Alarmanlage an, wenn du da dran kommst Oder auch nicht Warte, ich probier mal Hier liegt ne Waffe Nö, geht nicht Hm Boah, der rennt aber ganz schön Also wenn, wenn so ein Auto da ist, das, ähm Ja Erzähl Eine Alarmanlage hätte, dann müsstest du es nicht ausprobieren, ob die Alarmanlage funktionieren Ja doch, weil dann ist das Auto ja, haben die, äh, ein Auto gekauft Das ist alles jetzt sehr, sehr laut vor, ich hoffe Das übertönt uns ziemlich, irgendwie hab ich immer das Gefühl, es würde uns übertönen, aber Nö, das meinst du Okay Ey, ich wird angesaugt Hilfe, Zunge, rette mich Naja Die Fette mit der Zunge Die Fette? Die Fette Rewano ist gleich davon Rewano ist gleich davon? Ja, ich bin gleich davon Guck mal, der brennt Die ist First Aid Fuck PELN 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 Hier, bei mir Hier, bei mir, in de Hause Komm rein Hast du PELN? Ich brauch lieber ne Pfanne Nee, ich brauch ne Pfanne Nööö Satzen hat gesagt, ich soll ne Pfanne Okay, ich mach mal mal die Tür dazu Du hast die Pfanne, in der Hand Oh Ach komm, wir nehmen das Katana Was soll der Christ Komm mal hier, jetzt bist du vorbei Mach die Tür auf da Yeah Oh, ich werd angesaugt Hilfe Hilfe Du wirst angesaugt? Ja, sag ich doch Ich werd angesaugt Hallo, Leute Seid ihr noch da? Wirst du noch gesaugt? Der hat mich, ja, der hat mich gleich tot Wieso hilft dir denn keiner? Jetzt Kurz bevor ich fast abgekratzt bin Aber ich heil mich Zoe hat mich gerettet Die aus dem Zoo, ey Zoe Mann Blöde Kuh, ey Hat sich voll Zeit gelassen Das hier zum Beispiel sein Auto, was eine Alarmanlage hat Wie möchte ich bitte? Welches? Welches? Das hier? Oh Du meintest doch das da, ne? Nö Nö Also das ging jetzt von alleine an, liebe Leute Oh, ich hab keine Munition mehr Und ich habe eine Alarmanlage alles gelöst Das ist ne gute Kombination Das ist ne gute Kombination Oh, Onkel, ey, hättest du das mal nicht gemacht? Guck mal, wie viele Zombies da kommen Hehehehe Ähh, arg Ich möchte ja nur den Zuschauern was bieten Hilfe, auf meinem Rücken Hilfe Ach, weißt du, du wirst dich geritten? Nö Jaja, das sind voll die perversen Zombies Du armer Kerl Aber ich hab keine Mühe Schon mal drüber gedacht über den Satz Tja, selber schuld Ne, ne Ich hab da nix gemacht Die Alarmanlage ging von alleine an Du bist so ein Lügenschweig Da ist ein Geheimdings hier Guck mal, da ist ein Dicker, der haut mich Hilfe Hm, ja gut, dass ihr mich wieder alleine lasst hier Was gehst du denn noch auf Geheimdings? Hier, da runter, da, das war geil Ja, geh doch Bin doch schon Äh, ist ein Baseballschläger, ne Ach, da ist ein Safe Room Brauchen wir nicht Hier müssen wir wahrscheinlich auch lang, hm? Ja, ich bin grad, äh, woanders Aber hier gibt es gar nichts, von daher. Hast gedacht, gibt es eine Pfanne, ne? Ja, ich bin gerade wirklich auf der Suche nach einer Pfanne. Der Sergeant hat gesagt, ich soll eine nehmen. Müssen wir jetzt vier, fünf Parts suchen, bis wir eine Pfanne gefunden haben. Ja, dass man mindestens einen Part lang mit der Pfanne rumrennen kann. Also ich. Ja, ja. Vielleicht macht das auch... Das bringt ja nichts, wenn du das machst. Das sieht er es ja nicht. Ja, er kann ja auch bei mir gucken, mit der Pfanne. Nein, das habe ich... Ey, ich habe geheilt. Ich habe gerittet. Ja, der Lüge ist der Machen. Guck mal, da hinten ist einer mit der Zunge. Oh. Ey, der ist so blöd, ne? Wenn ich dann nur ein Schwert habe, kann ich den nicht befreien. Dann muss ich hinterherrennen und meistens ist der mit der Zunge immer schneller. Deswegen nehme ich jetzt zwei Knarren. Kann ich gar nicht. Oh, was haben wir denn da? Eine Mini-Garnie. Ja. Rainer, Rainer. Hört ihr schlecht. Schließt die ganze Tür ab. Oh, schon Ende. Wir sind sicher bis erstens. Wir haben immer noch... Naja, klar. Wir müssen noch bis zum nächsten Safe-Moven durchschalten und dann... Oh, guck mal, ich habe bei der Witchjägerin den meisten Schaden gemacht. 427. Das finde ich sehr schön. Das freut mich. Das Spiel ist so schön. Jetzt geht's zu der U-U-Bahn. U-Bahn? U-U-Bahn. U-U-Bahn. Sag das nochmal, bitte. U-U-Bahn. Ja, so sieht das aus, liebe Leute. U-Bahn. Äh, Neo, was? Non-Neo, you will survive. Okay. You will survive. Nein. Nein, mache ich nicht. Ich habe nur die Stange weggemacht. Du bist so ein Pansen. Ich habe nur die Stange. Die Stange berührt. Du bist so ein Pansen. Ein ewig Kackpansen. Pansen. Komm, Riss die Tür, auf da, ich will tatsen, euer Pansen, euer Pansen. Nee, das sind beiden Schimpans, oder? Pansen, diesen Schweinemagen. Das war, aber keine Pfanne. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Es ist mir egal. Wenn ich nicht egal. Wenn ich nicht egal. Ich nicht egal. Oh, ja, ein Z55. Oh, ja, zwei, 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 drei, zwei, vier, 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 vier. Wir sind alle froh, dass du zählst. Ey, da unten, guck mal, die klettern hier hoch. Ey, was ist denn mit denen? Ich richte hier. Ich bin ein glücklicher Plotter, Max. Au! Was? Warum sagst du Aua? Warum bist du nicht? Ich bin hier, die kann das jetzt hier in den Schacht reingeklettert. Warum hast du das getan? Weil ich hier runtergefallen bin. Warum bist du denn da runtergefallen? Ey, der stinkt, der kotzt, der kotzt, der kotzt, der kotzt, der kotze geworfen. Nein, 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 nein. Das Problem ist, dass ich keiner da runterkommen will. Das Problem ist, dass ich tot bin, der hat mich totgekotzt. Ah, doch, da kommt eine Zoe kommt. Ey, Louis. Gleich bist du wieder auf den Beinen. Louis, das hat mich gerettet. Jetzt muss ich mich heilen. Er hat mir das Bein gekillt. Ich nehme die. Was, er hat die auf den Beinen gekillt? Ja, das war gerade... Au, au, mein Bein ist tot. Ey, guck mal hier. Aquatic Center, oh, gehen ab, Enkel. Die rote Linie nach Norden. Die rote Linie. Holgerichtsch der deutschen Linie. Hm, warum, eine Rohrbombe? Ja, ich hab dir doch gesagt, dass da oben eine Rohrbombe lag. Warum hübsst du die nicht? Ich dachte, du hast die mitgenommen. Nein, ich kann auch, ich hab doch auch Kinder. Hm. Hm. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Du musst ja nochmal zurückgehen, die Treppe ganz hoch in der Ordnung. Ja, 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 Mare. Wenn gleich ein paar weniger kommen. Oh, shit. Ich bin blind. Ich seh nichts. Ein Dicker steht da. Der ist gerade explodiert. Löffel genau meine Klammer vor allem 3.0 das ist mein Partner die ganze Zeit wo Gras ich bin nicht wo ich hinschießt gerade auch irgendwie ich hab mich auch nicht so geht man die Treppe wieder hochdraht mit dem Robo mit dem Vorhinein und trifft immer noch nicht ich dachte du hast dir gerade geholt Nein ich hab den Rappen Nein ich hab den Rappen Nein ich hab den Rappen bin ich jetzt hier richtig Nein du bist falsch hier und ich bin so jetzt sag ich doch ich hab's mir fast gerade gedacht Oh jetzt hab ich mir die Rohrbombe geholt Oh das ist das Ich lauf hoch da oben ist noch eine sind zwei oben Mann ey Oh Ich mach auch die Taschenlampen an Jetzt mach ich sie wieder aus Cool Ich hab noch Rohrbombe ne hab ich ganz alleine gefunden Das ist ja voll der Taschenlampen man Das ist ja voll der Taschenlampen man Das ist ja voll der Taschenlampen man Taschenlampen man Sollen wir daraus ein äh ein Lied machen Du und da half Taschenlampen Hey Hilfe 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 Klasse hat der gesagt Klasse Oh kotzer Ne Zungen Zungenpriester Ne Hier ist ne Rohrbombe Röhrbombe 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 Die Röhrbombe Sollen wir da mal reingehen in den Raum hier Sollen wir da mal Sollen wir da mal Sollen wir da mal Sollen wir da mal Wo denn da rein? Wo bist du du? Ja da wo man rein muss Mann was ist denn Was ist denn los mit dir? Keine Art Guckt euch das an Jetzt machen wir nämlich U-Bahn-Bämm Boah Alter das ist sehenswert Spiel mal jetzt was gucken Ein Katana Rohrbombe Habe ich auch U-Bahn-Bämm Habe ich gerade gemacht Wo sind die zwei Rohrbomben die hier lagen? Hier auf der anderen Seite Nicht Rohrbomben Hier lagen Rohrbomben Der hat doch heute auf den Rohrbomben Boah Boomer Bei den Einsatzkommnen die ich gefunden hab U-Bahn-Bämm Ich bin doch jetzt nicht, hallo Muss ich auf die andere Seite Hey Da kommen welche guck mal Hier liegt U-Moli U-Moli U-Molo Falls hier das reicht ich hab gesagt U-Moli U-Moli ist der kleine Bruder von Molo Kann ich auch machen Feuer Ne Marla, malo Hallo, malo U-Moli O hoch Was ist denn jetzt hier wieder los? Die werden gerade gefickt. Hm, meine ganzen Leute Psychopathen. So, okay, weiter geht's. Psychopathen. Psychopathen. Psycho-Chompies. Psychopathen. 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 Kannst du in deinem Bewerbungsvumlauf einschreiben. Au! Psychopathen. Die halten hier mehr aus im ersten, zweiten Teil, oder? Ja, wieso eigentlich? Als Viecherfahrten sind. Ich steh, ich steh im Drehpunkt, halt. Für sichere Zombies. Was zum Teufel tust du? Woher ist das? Warte mal, bevor du da langläufst, gehen wir erst mal da lang. Was ist denn da lang? Wo, was? Hier, durch den Wagen. Ja, wir müssen durch den Wagen. Nein, wir müssen nicht durch den Wagen. Ich werde jetzt... Ah, nein, ich brenne, siehste. Ich werde angefackelt. Was ist denn Schild, Alter? Ja, der klettert auf den Hälften. Du wirst aber doch, du brennst doch gar nicht. Doch, jetzt. Ich wollte das gerade loswerfen, deswegen habe ich gesagt, hier brennt's. Und dann kam ich nicht an, aber der rennt immer noch, obwohl der brennt. Du bist total verwirrend. Ja, verwirrend. Nein, das liegt. Was ist das Licht? Oh, hier liegen Waffen. Du solltest dich vielleicht mal heilen. Du humpelst hier rum wie so ein Humpelbumpel. Ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen, wenn ich keine Heilung habe? Du hast keine Heilung, zu mir kommt. Negativ. Negativ, 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 negativ. In meine Nähe kommen einfach, würde ich sagen. Ja. Humpelbumpel. Ja, jetzt kriege ich hier einen Schuss ab, wenn ich dich verarzt habe. Vogel. Du wolltest gerade was anderes sagen. Nein, ich würde sagen, du, äh, vor, 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 ähm. Jawoll. Ähm, du, scheiße, das habe ich jetzt nicht eingeübt. Granatwerfer. Oh, ich nimm den. Ja, hier. Oh, yes. Yeah, baby, yo. Give me the Granatwerfer. Gib mir den Granatwerfer. Da hast du den Granatwerfer. Hab' ich 31 Schuss. Ganz und weise. Eien. Hab' ich schon. Oh, nochmal. Boah, voll auf den Onkel drauf. Du bist doch ein kleiner Fall. Ja, du bist genau in meine Spur reingejammert, ey. Was? Ja, du. Ich bin in deine Spur reingejammer. Ich erzähl's, du für kack. Du bist genau da reingelaufen, da hast du gemeckert. Boah, hast du das gesehen, liebe Leute? Der ist zerplatzt, wirklich. Sportwörtlich zerplatzt. Alter, du erzählst halt eine Scheiße. Sportwörtlich, was ist das denn? Nein, wortwörtlich. Ah, heisse. Ne Bitch, ne Bitch, bitch, bitch. Ja, ne Bitch, ja. Ich hab' ja auch bitch'n. Boah, was muss ich sagen? Ja, ja. Natürliche. Boah, Leute. Da hab' ich mal gekotzt. Mein Lebensenergie, ja. Wen? Boah, das hab' ich grad in den Wagen reingeschossen. Ja, was auf der Händen ist der Bitch, bitch. Ja, ich nehm' Granatwerfer. Guck das nicht. Weg, 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 weg. Ne, du musst schrumpeln und schießen. Ja, tu ich so. Ich hab' doch Granatwerfer drauf geschossen. Bitch, bitch. Die lebt immer noch. Die muss bestimmt mindestens ein... Die Musik. Und wir jetzt auch bitte leise waren, um die Musik zu hören. Boah, das war jetzt grad'n echt geiles Kreuz. Oh, oh. Hallo? Taschenlampe an. Drückt bitte F. Ah, Molotov. Molotov. Ach, hier, Brandmunition. Brandmunition. Charcha, Charcha, Charcha. Brandmunition, Brandmunition. Ja, dann leg's hin. Ja, tu ich. Die Brund-Munition. Tu es. Nein! Ich bin gechar-char-t. Was? Was bist du? Gelegt. Der Licker, der Licker. Der Onkel macht nur... Ja, der Onkel macht nur Quatsch. Da liegt ne Brechstange. Ne, ich nehm über die Banane. Ne Bratstange. Hallo? Oh, die brennen alle. Oh, was ist denn da? Guck mal, die machen voll ein Lickerchen. Die werden hier erstmal alle wegsprengen, liebe Leute. Ihr wisst ja, nur tote Zombies. Oh, oh, Hilfe, Hilfe. Der brennt. Der hat dich komisch angeguckt. Ich bin voll ausgewichen. Trotzdem hat der mich erwischt. Das war Kunst. Nein, das war Kunst. Ich bin ausgewichen. Der hat mich trotzdem noch bekommen. Ist das deine Kunst oder deine Kunst? Seine Kunst. Das ist ein Magier. Das ist ein Magier-Zombie. Der magische Zombie. Ich bin mal gespannt, ob da noch mehr so Viecher kommen. Irgendwas knurrt hier gerade. Ich bin es nicht. Oder ist es mein Magdeckdruck? Das klingt sehr, sehr, sehr unangenehm. Hm-mm. Ist das hier unten? Ihr seht schon. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Oh, das ist die Appell. Oh, Alter. Jetzt kam mir eine übelste Feuerwelle aus mich zu. Ja, die rasten voll aus, die Viecher. Merkt ihr das? Du merkst, schau'r dies. Die rasten voll aus. Hier ist ein Kotz. Boah, scheiße, Kotz. Geh weg, geh weg. Boah, ich hab nur noch zwei Lebens. Könnt ihr mich heilen? Könnt ihr mich heilen? Wieso nicht? Weil keiner Lebens... ...äh, äh, äh, Dings hat. Ich kann hier aber, warte. Lebens in er... Warte, ich kann dir hier das. Oh ja, geh ich mir rein. Habe ich zumindest ein bisschen was. Habe ich, habe ich, habe ich. Immer nur du, du, du. Immer nur du. Immer nur du. Hallo? Ich bin da. Bestätigen Sie den Türschalter. Frau Bombe. Den Türschalter? Ach, da oben. Bestätigen Sie den Türschalter. Ist alles so ruhig, ich möchte den Türschalter. Ist ganz so schön. Ich bin so wundervoll. Oh, ich hab ein dickes, dickes MG entdeckt. Also hier wird auf jeden Fall noch was passieren, liebe Leute. Deswegen nehme ich jetzt erstmal hier. Ich bin zu meinem Fußfall vor. Ich muss mich jetzt heilen. Ich werde mich jetzt mal voll drühen, ja. Oh, Alter. Sie kommen. Sie kommen. Ich habe einen Granatwärmer. Ja, du machst, äh... Flächenschaden. Ich decke, decke hinter mir, bitte. Ja. Dein Rücken. Ich decke, oh, die kommen, die kommen auch von hinten. Dann sagst du, dass ich das den Rücken verhalte. Ja. Ja, genau. Ja, sagst du ganz toll. Ja. Ich mach das echt gut. Ich hab einen Katana in der Hand und die kommen alle und ich zerfetze die und alles, was du willst. Boah, ich bin blutverschmiert. Boah, guckt euch das an, ja. Das ist echt ein... Mann, deck meinen Rücken und hör auf, deinen scheiß Körper zu bekrachten, Junge. Ey, du bist rot, du bist rot, du bist rot. Nee, ich bin gelb. Ich bin gelb. Ich bin gelb. Ey, dein MG war gerade übelst rot. Da vorne liegt eine Rohrbombe, hast du dich schon gehüllt? Oh, schieß mal hin. Okay, ich hole sie. Ja, ja, spart die Munition, hallo. Da gibt's nichts mehr zu sparen, das Ding ist fertig. Oh, ist alles, ist Schluss. Müssen wir es hier runter? Nee, da kann man her. Alles ist im Arsch. Im Arsch? Da, hier rüber müssen wir. Ist mir egal. Ist mir egal. Hier müssen wir rein. Ist dir das auch egal? Oh, da, 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 da. Okay. Ein verfickter, verschissender, dreckiger, kleiner Tank. Ich rette dich. Ähm, aber nicht geradewegs. Weiß, weiß, weiß. Oh, oh, oh. Geh, geh ab und weiß, weiß zu. Ja, hast du, hast du, du kannst mich auch. Kann ich dich aufheben, kann ich dich aufheben? Ja, du kannst mich auch aufheben, kannst du aufheben. Rette dich, rette dich, rette dich dich. Ich heimlich in der Zeit. Ich will nämlich nicht sterben. Ich will nämlich hier irgendwo auch heißen. Ich will nicht sterben. Ich will doch aber auch nur leben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will doch aber auch nur leben. Leben? Leben. 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 Was machst du denn da oben alleine? Allein, allein. Ich will dir auch mal jeden scheißen Lied ein. Ja, klar. Das ist mal ein eigenes, nicht erfüllt eins. Mein Lied ein Lied. Ein noch nie dagewesenes Lied, das schon da, wort. Oh, das würde ich echt gerne finden. Ein noch nie dagewesenes Lied, das schon mal gegeben hat. Ich schaff's nicht. Hm. Nein, das ist eigentlich ein nie dagewesenes Lied, das schon mal gegeben hat. Das ist gut, oder? Und ich singe ein Lied. Du weißt es nicht. Ich kann die Munition leider nie auffüllen, liebe Leute, weil der Granat da war halt. Wir, wir, wir sind in einem kleinen Safe Room, oder? Nee, auch noch schon. Echt, du? Nee, was träumst du denn so wieder? Ein Safe Room-Traum. Genau. Von einem Safe Room. Nee, keine Ahnung. Ich find's ja grad gar nichts. Ich bräuchte echt mal ein Medipack. Ich bin vollkommen im Arsch. Ja. Okay. Ja, klar. Hallo? Ich geh zu, liegt am Boden. Oh, du scheiß Heli, mach mir halt so ein Krach hier. Komm her, ich heil dich. Oh, oh shit. Oh, Katana. Katana. Hier ist ein Männerklo. Komm, ich heil dich mal eben. Bleib mal hier. Komm, das Frauenklo. Bleib hier. Ich bin doch hier. Komm doch mal her. Was machst du, du? Das ist doch der andere. Zappel nicht rum, ich will dir helfen. Ich bin nicht der Wege. Da, sie gehört. Zappel nicht rum, ich will dir helfen. Hat der gerade gesagt. Ich bin nicht der Wege. Ich bin nicht der Wege. Vielen Dank. Du, du hast zwar ein dunkler Raum, ich hab dich nicht gesehen. Ein Wege wirft immer Schatten. Ja. Oh Mann, ey. Willst du hier mal meine Granaten reinrennen? Wieso? Alter, hier stehen zum Beispiel. Ich bin nicht so, ich glaube, ich glaube. Wir laufen zurück, Mann. Oh nein, hier sind ganz viele. Hier müssen wir lang, glaubt mir. Hier bist du. Ich bin zurück. Ja, du bist falsch. Du bist falsch. Das ist wieder, wenn er kein Navi eingebaut hat. Ja. Ey, der hat mich angekotzt. Oh nein, der ist fett. Der stinkt. Ich seh nix. Komm, du bist hier hin und gerannt. Hau da ab, ihr. Ist da was los? Nee, aber jetzt, wenn du hier hin rennst, wollen die alle auf dich loskötzen. Äh, in Notfall. Ach, in der Kotze. Die schmeckt so gut, die schnürfen sich da ab. Aua. Oh, 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 oh. Wow, der ist voll zerplatzt. Oh, ich liebe es, wenn die zerplatzen. Guck mal, das ist ein Monitor und PC. Den nehm ich doch gleich mal mit. Hier ist Dings-Monition. Was? Und? Oh, ich stelle sie auf. Wieso? Warte mal. Ich stelle sie auf. Sprengladung. Was? Ah. Zack. Sprengladung. Ja. Gebum. Mach gebum. Ich hoffe, da kommt so ein fetter. Kommt so ein fetter. Boah, ich muss mich dann auf jeden Fall erst mal nach dem nächsten Cut aus beim Taschen drucken, ey. Das ist nervig. Hier sind ganz viele Autos, was das bedeutet. Ja? Was ist? Hä? Möchtest du ein Cut? Was ist? Hier liegt ne Waffe. Hey, hier liegt ne Waffe. Was denn? Echt? Wo denn? Komm, hier lang. Nicht an die Autos kommen, die haben Alarmanlage. Sind wir sicher. Alarmanlage? Jo. Hallo, Zombie. Hallo, Zombie. Hallo, Zombie. Oh, oh. Sprenggranate. Boah. Ist das geil. Oh. Oh, voll gut. Was nicht. Ich hab die Granate auf das Vieh geschossen. Ich kann ja nicht wissen, dass da ein Auto ist. Mit ne Alarmanlage. Oh, ne. Wurde daneben geballert, oder? Was? Hallo, Onkel. Aber ich schiesse ja gerade die Eingebreitete in die Gegend. Oh, ja. Ich liebe diese Waffe. Denn sie ist meins. Sie ist meins. Ich hab den Onkel gerade beschützt. Ich hab nur noch zwei Schuss. Das ist mir echt, äh, nicht so toll, so. Warum schreist du immer so? Ich habe eine Kettensäsche. Echt? Das ist ja fast so gut wie eine Pfanne. Nur fast. Hier ist ein Safe Room. Otto. 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 Safe Room? Safe Room. Nanananana. Safe Room. So. Ah. Ich glaub, wir haben gar nicht viel Scheiß erzählt jetzt. Ach, nö. Das passt. Cool. 30 Minuten Part ist auch was Neues. Das passt alles wunderbar. Rivano dreht durch mit dem Hochladen. Hehehe. Nö, nö. Das geht schon. Hier zu Hause geht's. Ah. So, liebe Leute. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal. Nehmen wir erstmal noch ein Mediket. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Oh, dann geht's direkt richtig los hier. Richtig richtig richtig. Ja, ich war gerade fasziniert, weil der da so einen Lärm gemacht hat. Aber das warst du mit der Kettensäge. Direkt richtig. Hehehe. Ah. Okay. Ey, hörst du auf, ich hab einen Granatwerfer. Was ist los, Francis? Merkst du es eigentlich schon die ganze Zeit so, dieses, die ganze Zeit, in den, 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 oh. Geh es andauern. Mann, was tust du, Francis? Francis, was ist los, Francis? Hä? Ja, wer zum Teufel ist Francis, aber ich bin das doch nicht, oder? Doch, du bist Francis. Ich bin du. Echt? Und jedes Mal schnauzen, und jedes Mal schnauzen sie alle rum. Was tust du, Francis? Was ist noch los mit dir, Francis? Warum schießt du auf mich, Francis? Du bist ein ganz, ganz Schulemon Finger. Ja, ja, ich will meine, äh, meine Punkte erhöhen, weißt du? Im selbsten hier im Teamkiller. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen, und wir sehen uns im nächsten Part wieder mit dir und dem Onkel. Yes! Dann würde ich sagen, machen wir uns gut zu sprechen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, gefallen. Das war auch ein großes Wort. Gefallen, Spaß und Freude und Eierkuchen. Nee, macht was schon. Blutessalat. Schinkenhackröhrchen, so, ich geh jetzt. So, tschau. Tschüss. Tschau. Tschüss. Tschüss.